der space 3 und auch wieder mit dabei ist das rotäugige stier monster mensch kennt ihr das hier das sieht voll neu aus was da wohl drin sein mag warten auf partner das kenne ich auch noch gar nicht so es hat gedauert aber wir jetzt alles warum wir nicht am leben bleiben dürfen jawoll wenn du dafür gefunden hast und noch lebendig bist dann kann ich meinen computer und warum geht das erste erst wenn wir runter gehen oder wir gehen runter mit den paar schulen dann sofort wieder hoch Ja, oder? Jetzt kommt er! Da war was da raus jetzt. Noch was? Ach, wir gehen einfach mal runter. Dann geht's gleich wieder hoch. Oder wir gehen ganz kurz raus. Da wollen wir, da sind scheiß Viech. Gehen wir ganz kurz raus, wieder rein. Da hinten. Ach komm, wir schaffen mal. Äh, nee, komm, wir gehen wieder hoch. Ha! Nee, komm, wir gehen wieder hoch. Ach komm, wir schaffen mal. Doch, da war da noch einer. Na egal. Wir müssen es nur zum Fahrstuhl schaffen. Das ist einfach nur die Profi-Variante, die wir weit ausmachen. Ja. Warte, willst du mich mal einsammeln? So, hab ich doch schon. Hm. Ja, hab ich. Ich hab schon alles. Ach ne, hier liegt alles. Wo bist du? Ja. So. Haha, ich hab die Reiche mitgenommen. Äh, zwei nicht, müssen wir eins. Ja, das ist so, ja. Ja, jetzt müssen wir doch mit dem Zug bestimmt weiter. Ja, dann müssen wir nicht zu dieser Mittelfonsole, äh, oder zu dieser Mittenschlotze, sondern... So, achte, achte. Und wehe, jetzt kommt wieder dieses Scheißviech, Alter. Was unsterblich ist. Ja, da krieg ich den... Ja, wär ich Kirre. Ja, ja. Hm. Warten, wauwauf. Ja, dass hier einfach drin steht. So, ja, stimmt. Ja, was war das denn? Keiner Dreck sagt, Alter. Ich krieg gleich noch eine rein. Weil's so schön war. Warte mal, jetzt guck ich hier aber noch mal an. Nee, Scheiße. Was? Ich brauch ne Bank. Ich brauch mein Bot. Ich brauch ganz fein. Hey, warte, Mann... Ich brauch grad mal... Warte, kann ich jetzt nicht... Ich brauch grad mal versuchen, die... ... rote, lÖchtende Dinge zu packen und auf Gegner zu schmeißen. Machst du das auch. Ja, ja. Ja, wegen dieser Scheißmusik. Die wollen die ausmachen. Ja, Gott, Alter. Ich dachte, du warst das gerade. Da kommt das. Das ist wirklich schön, dass es leuchtet wird. Zu scheiße. Zu scheiße. Hörst du? Müssen wir langen? Und? Okay. Ja, Scheiß. Oh, da unten ist noch Action Alter, wie schnell hochgekommen ist Ne, diese Selbstmörder, die haben eine Stimme! Oh, da krieg ich wohl Angst. Ah, ne? Ja, Taka hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Gut. Ich gehe jetzt zur Achtern-Sektion und sehe mir das Shuttle an. Hoffentlich ist es keine Schrottmühle. Hehehehehehe Ja, Taka hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Warum rufen? Das scheiß Ding steht doch hier, oder nicht? Ey, ne, bitte. Warte mal, wir müssen wieder zurück. Ne. Ich hab grad schon gedacht, jetzt kommt wieder dieser Unsterbliche. Was tat denn? Musst du da noch was machen? Ach, ne. Ach so, du hast es jetzt ausgewählt. Huiiii! Shuttle Bay Shuttle Bay Das wäre geil, wenn ich jetzt schieße und dann auf einmal geht, zerbricht das ganze Glas. Nächster Halt, Konstruktion und Liberatoren. Ja? Da, das Viech ist grad nach rechts gelaufen. Scheiße. Akustische... Signale. Das nenn ich mal ein akustisches. Oh nein, die schmiert er. Ne, weg hier. Ne, weg hier. Ja, ich mach auf. Boah! Boah! Alter! Ey, jetzt wollen sie uns hier verarschen, oder was? Ey, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Bitte nicht. Ich mag sowas ganz und gar nicht. Sowas stressiges. Und wenn wir irgendwas nicht töten lassen. Ich habe die Branche gefunden. Und sie ist, naja, ein Haufen Schrott. Die Kabine bekomme ich keinesfalls Druck fest. Dann müssen wir die Kiste remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relais zu bauen, dass ich dann an der Hille befestige. Mhm. Wie, jetzt sollen wir hier noch was zusammenbauen, oder was? Ähm. Scheiße. Also runter. Warte, warte. Entschuldigung, ich hab jetzt noch was gefunden. Obwohl, kann ich das Ding hier holen? Ja. Geht. Okay. Hier, was ich habe. Oh. Oh, ja. Eine Startehilfe. Eine Startehilfe. Ach was. Höh! Krass. Ich muss hier was wegspreisen. Ähm. Aber was ist hier hinten mit dem Aufzug? Kann man da nicht hin? Komm her, lass hier. Und den erstmal rüberfahren. Oder? Weil da hinten sind auch Dinger. Ich weiß nicht. Ja, ja. Kann. Ist egal. Ach so, so kommen wir auch unten zu diesem Raumstofffinder. Na ja, aber weißt du mal, da müssen wir auch vielleicht runter. Da ist wieder so ein... Ach, hier ist ne Bank. Ah, perfekt. Aber nicht, dass Gegner kommen, pass auf. Na egal, schnell die Sachen reinbringen. Oh cool, aber der hat schon was hergebracht, der Kleiner. Ja. Wenn nur ein bisschen. Ich glaube da wo es Punkt da, da kriegen wir dann richtig viel. So, ich bin... Ich hab's jetzt nur schnell gemacht erstmal. Ja, mach ich jetzt auch. Jetzt hab ich wieder so ein... Scheißfach... Blödet... Ein Medipack, Alter. Also wir brauchen jetzt drei Teile. Ja, ich weiß gar nicht was wir machen müssen. Hm... Die liegen hier irgendwo. Ja, ich habe 0 von 3 Remote... Ja, scheiße. Ja, die liegen jetzt hier irgendwo. Drei Teile. Wo ist die Frage? Wo ist die Frage? Warte, wir fahren... Ja, dann lass uns mal runterfahren mit deinem. Warte, komm mal her kurz. Ja. Willst du rüberfahren? Ich will was gucken. Warte. Warte. Hm... Ähm... Ähm... Ah, okay. Wo sind jetzt die Teile? Ah, die blinken da. Siehst du das da? Ja, ja, aber deswegen müssen wir gleich mal... Ja, wir müssen also jetzt hoch... Hier rechts... Und dann schon in den Fahrstuhl runterfahren. Warte, ich mach das mal. Aber... Aber dasselbe sind wir hier auf links. Das ist ja eigentlich egal. Ja. Eigentlich schon. Weil mir war klar, weil sonst hätten sie und sonst... Weil sonst wären ja die Fahrstuhl nicht. Genau, stimmt. So... Das ist leider hier immer in-game so. Da ist eins, jetzt ist eins. Verheilen wir uns mal, oder? Oh, eins haben wir. Können wir ganz schnell das andere? Wrennt sie jetzt nicht weg, oder? So... Zwei hab ich. Direkt ist was. Jetzt sieht mehr. So, wo ist das andere? So, wo ist das andere? Da ist der andere Tau. Okay. Du bist auf andere Seite. Ich kann das nehmen. Guck her. Wie geil ist das denn? Nimm mal mit. Ah! Sieht so eklig aus. Ah! 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 Fahr rüber. Wohin denn? Ganz links. Genau. Jetzt fahren wir da hinten wieder runter. Und da hinten ist es. Fahren wir wieder rüber zur Werkbank. Dann bauen wir das Scheißteil zusammen. Ah! 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 da ist es. Ah! Zübel, ne? One-Shot. eine schrubbwinde kannst du auch schon bauen müsstest du eigentlich jetzt auch schon so, jetzt müssen wir da hin ich höre gerade viele monster ich auch, ich glaub die sind genau hier oben bei uns oder? ok, ich seh keinen, schnell zum Parfell oh, ich seh sie ok jetzt kommen sie da oben gleich raus bestimmt ne 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 wir müssen erst so wer deswegen, da waren noch diese drei Teile ne, ich dachte die haben wir jetzt schon ne, die müssen wir noch zusammenbauen so bau dich zusammen, ich geb Deckung hier an der Werkbank äh, ich weiß ja nicht was ich da machen muss ne 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 versuch's einfach ich geb Deckung äh, herstellen äh, ein äh, ein äh, nein nein, hier das, äh, das, äh, das muss in das Navi- 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 Navigationssystem der Krausier integriert werden ok, dann müssen wir doch also gleich hier unten nehmen ja, richtig, also war's doch da eigentlich scheiße ich hab gedacht wir müssen so zusammenbauen ok, das hat funktioniert ich kann die Shuttle anzeigen sehen Moment, ich versuche es zu starten auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein ich sende Ihnen die Koordinaten ok, ich ziehe los und betanke das Shuttle danach können wir einen Neustart probieren also, ah, ok rechts nach oben oder? tu mal B ja, ist richtig ok, dann runter ok, dann runter ok oh, hier rechts ah, ja, ist doch klasse warte, 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 warte warte, warte, warte ok ja, dann sagen wir mal tschüss und dann bis zur nächsten Folge und tschoo haut rein, tschüss tschüss